Anais, Junior, komm raus! Papa, was gibt's? Ihr wisst ja, ich stehe nach Kamerun. Ich mach meinen Urlaub jetzt. Ah, ach so. Bitte, wenn ihr Scheiße macht, ich werde euch fertig machen. Mach keine Scheiße, besonders du, Junior. Mach keine Scheiße. Du machst immer Scheiße hier zu Hause. Papa, es ist gut. Wir werden eh nichts machen, weißt du. Wir sind gute Kinder, du weißt doch. Ich will keinen Anruf hören von jemandem. Niemand soll anrufen, ich hab meinen Urlaub, ich hab frei. Ich will keinen Problem hören. Und ja, mein Auto darf niemand anfassen. Ich kann eh kein Auto fahren, von daher... Junior, besonders du darfst, ist mir scheißegal, nicht anfassen. Wenn du mein Auto anfasst, ich will nichts sagen. Aber fass mein Auto an, wirst du sehen. Papa, ist gut, ich werde dein Auto nicht anfassen. Vertrau uns einfach. Ja, und übrigens hier, das steht denn. Stimmt. Papa, 20 Euro für uns beide? Ruhe, 20 Euro ist auch für wenig. 15 für mich, 15 für dich. Was, Junge? Ich bin hier der größte Bruder. Eine Woche 20 Euro reicht doch. Was willst du mehr? Was, du bist der größte Bruder? Ist mir scheiß egal. Wenn du willst, nimm 5 Euro weg. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. Hab viel Spaß. Und tschüss. Okay, gut. Ja, ich werde alle blößen. Ja. Tschüss. Bleibt 2 Wochen, ist kein Problem. Ey, Papa, die Schnauze. Und geh rein. Lass das doch einfach. Du hast doch gesagt, du sagst nämlich nicht. Du weißt, ich kann gut fahren. Lass uns Spaß haben, der ist nicht da. Eine Woche ist er weg, Junge, was willst du mehr? Aber warum? Lass doch einfach chillen, Junge. Er hat gesagt, nimm deine Augen und ich lass es euch da. Ja, guck mal. In dem Fall ist die Schüsse. Wir fahren kurz rum. Er wird davon eh nix merken, weißt du. Keiner sagt was. Wir betzen uns nicht, weißt du. Und dann weiß keiner was davon. Ja, ist gut. Junge, ein bisschen Spaß haben. Ja, okay. Okay, okay. Ja, okay. Verstanden, Junge. Okay, verstanden. Junge, verstanden. Lass uns mal Spaß haben. Du weißt auch. Ja, wenn was passiert. Okay. Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Wo ist das Auto? Da, da. Da, da, da. Ja, Mann. Geil. Ja, nach oben. Scheiße. Du kannst aber Auto fahren, ne? Ja, natürlich, Bruder. Ich hab Führerschein, Alter. Was willst du denn? Junge, ich hab Führerschein, Mann. Ich kann das doch. Vertrau mir. Ich vertrau dir. Scheiße. Scheiße, Mann. Was hast du gemacht? Junge, ich töten. Scheiße, Alter. Guck mal, was du gemacht hast. Ich dachte, du kannst Auto fahren. Junge, ich kann das Auto fahren, eigentlich. Junge, das ist dein Problem, ne? Papa wird dich auseinandernehmen. Junge, guck mal, was du gemacht hast. Scheiße, Mann. Ich dachte, du kannst gar nicht fahren. Junge, ich kann eigentlich... Junge, ich kann fahren. Junge, ich bin weg. Ja, dein Problem. Junge, ist mein Problem, Junge. Scheiße, was soll ich machen? Junge, am Arsch. Fuck. Scheiße, Mann. Oh, mach schön. Auf Deutschland ist doch schön. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Das ist mein Auto. Hey. Diese Kinder werden mich töten. Diese Kinder. Scheiße. Papa, du bist zurück. Halt, dein Schlotto. Wer war das? Okay. Was hab ich dir gesagt, hä? So, Papa, bitte, so. Ich hab das, was ich anfassen. Aber du... Bitte. Ich hab dich gesagt, was ich anfassen. Ich hab dir gesagt, was du... Ich hab dir gesagt, was du... Ich hab dir... Ich hab dir... ...